Willkommen bei Magic Eric. Du suchst dir eine Karte raus. Jetzt kommt sie hier wieder zurück in das Kartenspiel hinein. Okay. Dann werde ich es auch noch einmal abheben, sodass deine Karte hier im Kartenspiel verschwindet. Jetzt kann ich auch noch einmal so abheben. So. Jetzt fächer ich die Karten aus, um dir zu zeigen, jeder Karte schaut in die selbe Richtung. Jetzt flippe ich die Karten um. Eine Karte ist umgedreht und das ist die Zuschauerkarte. Das war der Trick. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.